Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Heute schauen wir uns einmal das Thema Nachfrage an, Preisnachlass Model 3. Genauso wie wir uns auf das Thema Batterieproduktion und vieles mehr konzentrieren, es freut mich, dass du wieder dabei bist. Für das Thema Nachfrage und auch Model 3 Preisnachlass, da werde ich am Ende des Videos nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, warum ich glaube, dass es da keine Probleme gibt und ein Preisnachlass tatsächlich kommt. Aber als allererstes schauen wir auf das Model Y, denn hier soll die Produktion am Ende des Jahres in China heruntergefahren werden. Dieses wurde jetzt wieder dementiert. Und dieses Spiel geht tatsächlich schon seit drei Wochen so. Ob es jetzt Preisnachlässe sind, die kommen sollen, dann aber erstmal nicht kommen. Ob es andere Dinge sind, wie die Probleme in der Produktion oder eine Reduktion der Produktion, die dann wieder dementiert wird. Dieses Spiel geht gerade so ein bisschen hin und her. Wenn man den normalen Menschenverstand nimmt, dann würde man sagen, es gibt genügend Märkte, in die Tesla exportieren kann. Es mag eigentlich nur auf basierend der Nachfrage keinen Sinn, die Produktion runterzufahren. Sollte es eine Wartung sein, dann macht es natürlich Sinn. Aber das ist ja auch was ganz Normales, welches jede Fabrik irgendwann mal machen muss. Dann schauen wir einmal auf die 86 Prozent der Deutschen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützen. Das besagt eine neue Umfrage, die von der Agentur für erneuerbare Energien in Auftrag gegeben worden ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so im Internet unterwegs ist, hat man ja manchmal das Gefühl, dass es gefühlt 60 Prozent der Leute sind, die vollkommen dagegen sind. Also lass mich gerne mal wissen, was du darüber denkst. Also sind vielleicht diese kleinen Gruppen einfach die lautesten Gruppen in der Gesellschaft. Das ist ja oft der Fall. Und dann bekommt man den Eindruck, dass gefühlt alle dagegen sind. Aber wenn das wirklich hier so stimmt, dann ist das auf jeden Fall ein sehr erfreuliches Ergebnis. Ja, wenn es um die Batterieproduktion geht, dann ist es so, dass Reuters nochmal kalkuliert hat, dass wir eigentlich insgesamt bis 2031 tatsächlich eine Batterieproduktion in der Höhe von 1200 Gigawattstunden brauchen. Und die Nachfrage plant man mit circa 875 Gigawattstunden. Und das Interessante dabei ist tatsächlich, dass man hier davon ausgeht, dass 44 Prozent der gesamten Produktion, und das ist das Entscheidende, von chinesischen oder asiatischen Unternehmen kommt. Und der Rest, also 13 Prozent von Tesla und dann entsprechend um die 43 Prozent von europäischen Unternehmen. Und hier ist tatsächlich auch das Land Ungarn ein Hub, könnte man schon sagen, wo sich viele Unternehmen niederlassen, ob es Kattel ist oder andere. Also Ungarn wird fast zur Batterieproduktion hier. Muss man mal schauen. Es wäre gut, wenn sich das sicherlich über ganz Europa noch weiter verteilt. Ja, in Grünheide wird weiterhin an Fahrradwegen gebaut, die sich jetzt aber noch weiter verschieben. Es ist ja keine Überraschung, dass sich Dinge hier verschieben. Hier hat es aber tatsächlich mit den Wintermonaten zu tun. Es sollen ja irgendwann alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben, auch mit dem Fahrrad zur Produktion zu fahren. Zumindest dann auch effizienter, wenn man ganz nah an der Fabrik leben sollte. Ja, ich hatte schon über die Auslieferungen gesprochen. Viele haben ja auch ein Model Y Performance Win inzwischen erhalten. Und es gab ja noch das Schiff Poseidon, welches tatsächlich sich sehr lange Zeit genommen hat, um in Seebrücke anzulegen. Das ist jetzt tatsächlich passiert. Also auch das ist eine erfreuliche Nachricht. Die Tokio Car ist bereits in Seebrücke angekommen. Also eine große Welle von Autos, die dann hier wieder über Europa verteilt wird. Und wir hatten ja schon über die Produktion geredet in Grünheide, die ja weiter vorangeht. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, dass man hier offiziell bekannt gibt, dass die 3000er Marke gefallen ist pro Woche. Es sollte aber hier schon bereits passiert sein. Ich glaube auch nicht, dass Tesla jetzt bei jedem kleinen Mainstein hier ein Statement abgeben wird. Ja, was in den USA tatsächlich weiter an Projekten startet, ist auch sehr interessant zu beobachten. Denn wir hatten ja über diese virtuelle Fabrik gesprochen. Denn es soll ja möglich sein, dann mit Solar, mit einer Powerwall und natürlich den Software-Technologien, die Tesla hier bereitstellt, entsprechend sich gebündelt zusammenzutun, um entsprechend das Stromnetz zu unterstützen. In Amerika kann man hier um einiges mehr verdienen, wenn man das tatsächlich macht, wenn man einspeist. Aber die Technik soll es ja auch ermöglichen, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Als Beispiel, man hat einen Nachbarn, der eine Powerwall hat. Wir haben eine Powerwall und ich bin im Urlaub. Dann könnte ich ihn theoretisch unterstützen. Das sind alles Wege und Projekte, die gerade in den USA auch weiter ausgebaut werden. Ja, was auch weiter ausgebaut wird, ist leider der Preis, den Leute hier bezahlen müssen in den USA. Im November waren es 15 Prozent mehr als im Jahr 2021. Die Hochzeiten waren tatsächlich Juli und August mit einem Zuwachs von 20 Prozent. Also das sind schon wirklich satte Preise. Es wurde jetzt aber nochmal, und das muss man dazu sagen, gefördert dadurch, dass tatsächlich das Luxussegment auch stark zugenommen hat. Und das sind durchschnittliche Preise für den gesamten Markt, nicht für die Elektromobilität. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gesamtsituation, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen beim Thema Preisnachlass fürs Tesla Model 3. Als letztes möchte ich aber davor nochmal kurz auf die Schiffe eingehen, denn es werden ja Model S und Model X auch ausgeliefert. Und es ist ein weiteres Schiff ja unterwegs, die Högtrowe. Ich hatte es ja ganz am Anfang im Oktober auch gesagt. Zwei Schiffe, Model S und Model X. Ich hatte bis dato eigentlich mit allen Schiffen auch soweit recht. Das Einzige, was jetzt tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm war, war die Themis. Da sollen aber auch wohl Wind verteilt worden sein. Also ein Schiff falsch bei all den Schiffen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Rate in diesem Quartal. Ja, zum Thema Preisnachlass, aber auch nochmal Nachfrage möchte ich hier nochmal kurz etwas sagen. Wenn es um den Preisnachlass geht, wir haben erstmal eine erhöhte Produktion, wir haben recht hohe Strompreise, wir haben eine Förderung, die weniger wird und es gibt noch viele andere Aspekte, die man erwähnen könnte, die dazu führen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Tesla tatsächlich das Model 3 Standard Range im Preis senken wird. Die Nachfrage nimmt signifikant ab. Das ist aber ganz normal, weil Tesla einfach die Preise auch so hoch gearbeitet hat in 2022. Das heißt, ich gehe davon aus, dass spätestens Ende des ersten Quartals irgendeine Reaktion auch auf dem europäischen Markt stattfinden wird, weil dann auch der letzte Schub der Leute sein Model 3 bekommen hat. Fürs Model Y sehe ich das erstmal nicht. Da ist die Nachfrage einfach noch sehr, sehr hoch. Da glaube ich nicht, dass es große Preisnachleiste geben wird. Wie gesagt, fürs Model 3. Und auch nochmal zum Thema Nachfrage. Es wird sehr dramatisiert. Man darf einfach nicht vergessen, dass Tesla sehr gerne mit den Preisen spielt. Ob es an den Superchargern ist oder eben halt bei den Autos. Und sie haben es wirklich auf die Spitze getrieben, wenn es um die Preise geht. Und jetzt wird es zwangsläufig auch wieder runtergehen. Und dann werden auch wieder Käuferschichten erreicht werden, die zurzeit nicht erreicht werden. Also von daher sehe ich in diesem Moment weiterhin keine Probleme mit der Nachfrage, weil Tesla einfach die Möglichkeiten hat, die Preise zu senken. Und dann 1954 Thön war weiter geht. Und dann 196itty overwhelmed dann Alphaato. Und dann geht das wie oder die Welt dazu. Vielen Dank.